Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Game of Thrones, immer noch in der dritten, glaube ich. Ist es die dritte oder schon die vierte Episode? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es ist die dritte. Auf jeden Fall geht es jetzt mal weiter. Wir sind auf dem schönen großen Wall und müssen Fackeln anzünden. Tolle Aufgabe. Fackel anzünden. Fackeln anzünden. Ey, warte mal. Uncle Duncan brachte diese von Ironrath. Wundere ich, ob ich sie wieder sehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist immer in Game of Thrones. Das ist Ironrath, für sicher. Äh, hat's noch mehr? Oder warum können wir immer noch rumlaufen? Ja. Solid Eis. Das wird nicht mehr Zeit verblendet. Ja, hoffen wir das Beste. Klimaerwärmung und so, ne? Vielleicht auch in Westeros ein Problem. Die Fackeln brennen aber schnell. Ich bin gespannt, ob ich sie brenne. Ach, da hat es noch eine. Die habe ich übersehen. Jetzt aber, oder? Hallo? Haben wir einen übersehen? Ich kann noch die Stützbalken angucken. Ah, schon ist er da. Wer auch immer. Äh, ich hatte schon die Vermutung. Eine 300-Milch-Wall und du bist immer noch in meinem Weg. Ich habe mir gedacht, dass wir alles auf der Weg zu Krastus haben. Aber das ist noch besser. Jon Snow kann nicht aufhören, jetzt. Die Wall ist ein gefährliches Ort. Die Leute schlafen immer noch immer. Du hast noch ein paar Spirits-Wall in dir, oder? Ah? So läuft's. Ja, den töten wir noch, aber nicht jetzt. Alter, quick time! Und ich dachte, dass du das einfach machen würdest. Endlich gehst du dir in den Hängen, Tuttle. Stopp, verdammt! Ich will nicht gegen dich kämpfen! Was ist das Problem? Wolltest du nicht deinen Vater stolz machen? Mal sehen, ob du schreien, wie du... Ja, für das kriegen wir noch Ärger, ich seh's schon kommen. Aber wir haben nix, theoretisch nix getan. Ja, tut mir leid. Das hab ich jetzt nicht kommt. Ja, tut mir leid. Das hab ich jetzt nicht kommt. Ich hab jetzt gedacht, jetzt sei's vorbei. Können wir ihm nicht einfach die Fresse vertraschen? So, jetzt halt's Maul. Das sollte ja reichen. Schmeißen einfach vom Wall runter. Passt schon. Los! Schuss! genuinely im dicklos! Lass uns fertig τον... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber ist okay. Eigentlich dachte ich, wir können verhindern, dass wir ihn umlegen. Ja, toll. Ich hab doch gewusst, wir kriegen Ärger. Finn! Naja, ist ja wurscht. Jetzt sind wir ohnehin am Arsch. Naja. Mein Gott. Unsere Menschen sind starb. Ich bin Angst. Die Wighthills haben sie weg von den Ironwood groves. Out of the way! Und so, sie kommen zu uns, suchen sie für Essen. Essen wir nicht mehr haben. Wie können wir eine Armee unterstützen, und unsere Position in der Norden? Wir können nicht sogar die Menschen, die wir vor uns sehen. Es ist wie die Däden der Winter kommen. Und es sieht nicht aus, dass es besser wird. Naja hat ihnen mehr Kampf in ihnen als Asher. Ich bin sicher, er und Malcolm finden uns die Armee wir brauchen. Well, I hope we can figure something out. As long as the Wighthills are in our house, we have to be careful. Come on, you. Let me go! You can't do this! Good. You're here. Look. Ah. Look at this. Did you see what this girl did? She attacked my man like an animal. Bloody bit me. Yeah, now it's her turn. She's gonna get what she has coming to her. This won't go unpunished. Let go of me. I don't care if she's your sister. Fine. You brought her to me. I'll deal with her. That's not for you to decide. I saw him stealing from our kitchen. And I told him to stop. He laid his hands on me. So I bit him. Bloody wench. I was only doing what had to be done. I warned you not to mistreat my men. Someone will have to answer for this. Do you hear me? Don't make this ugly. Your men are out of control. That's the problem here. It's your people who don't know the order of things. This girl's as untamed as a wildling. Don't listen to him, Roderick. And if you can't rein her in... Yeah, what about the rest of them? It's about time she saw a real lord again. And learned proper discipline. They've all been missing that. My sister, she made a mistake. That's all. She is but a child. And this arrangement tests us all. I'll make sure it doesn't happen again. She's not the only one who's made mistakes. And the problem starts at the top, Roderick. Careful, boy. You yourself had the gall to make threats against my men. And that's the real problem with you foresters. You're too fucking proud. Always have been. It was bad enough when you were above us. And now it's even worse. Because you don't see how far you've fallen. Still high enough to look down at you. Wait. Forgive her. Forgive her. The passions of youth. No one questions your authority, Griff. You have the power. Oh, I like him. You thought this was your man, Roderick? He's mine. A dog to be sure. But my dog. That's how I like to see you foresters. Obedient servants. He's a loyal member of my house. A man of peace. And he deserves to be treated as such. You don't get it, do you? You foresters need to learn when you're beaten. You will learn some fucking humility. Or this won't be the last lesson I teach you foresters. Have you no honor? I'll run you through for that. I'll cut you down like straw men. Stand down, Roiland. As you wish. I bet this makes you angry, eh? You'd probably want to get up and hit me. But we know how that would go, don't we? Now, are you going to be a good little forester? Learn your lesson. And stay down. Roderick! I said get down. All the way down. Get up, Roderick. Stay down, my lord. Your brother defied Ramsey Snow. He didn't know his place. But we made damn sure he learned. I'll probably have to teach Talia here. Unless you're a good little forester. You learn your place. And stay down. Some forester is going to learn their lesson today. Oh. I'll stay down. Consider this even, girl. Your brother learned the lesson for you. You'd be wise to follow his lead. As would all of you. Your lord is a smart man. First in his line that understands. Now you need to understand too. You can be lord, Roderick. So long as we all know who holds the reins here. Come on. You did the... You had to submit. Aye. A true lord. But we... We let them win. Alle umbringen. Do you see that? He still acts like he rules the house. But he's let his guard down. So... Did he get what he wanted? Or did you? At the time, I... I wanted you to crush him. He thinks he's one. But he and his men have gone soft now. They won't be ready when we do strive back. And when you're better, things will be different. I asked Ethan not to change who he was. He promised he wouldn't. And look what happened. I now know that was... Childish of me. I'm ready to change now. I'm willing to do anything to help our family. I mean it, Roderick. I don't care what. I'll do it. I am too. Father used to say we foresters are as tough as the Ironwood. We are. All of us. And I'm sure... The others will do whatever it takes as well. What you did, yielding to Grif, you had your reasons. But... No one can know the future. Whatever tomorrow brings, Talia, the foresters will stand tall. I did it. I can't believe it. What are you waiting for? Verbrennen. There's no good that can come from this. Not anymore. The Khaleesi will see you now. Try to keep your head about you. So, Asher Forrester. If you presume to speak of my dragons, choose your words carefully. Next time on Game of Thrones... Oh my god. What have you done, Garret? Frostfinger is calling for your head. Tell me Brit's death was an accident. Mira, what are you doing? Mira, just tell me what's going on. What are you hiding from me? You are weak. We have no allies. And Grif claims to be the new Lord of Ironwrath. There's been a raven from Lord Whitehill. He's invited us to Highpoint. Drogon wouldn't have attacked without reason. By order of the queen. Fuck you and your queen. Deal with your friend. Nothing ever stays in the past, Asher. Harrod. It's time to go. Okay. War das nicht jetzt ein bisschen zu viel gespoilert? Ja, wir haben Beshka gerettet. Äh, knapp. Upsi. Ja, das war ehrlich gesagt nicht... Ganz... Ups. Hoffen wir mal, das wird uns nicht noch einholen. Und das war ein Versehen. Ich hatte gedacht, etwas anderes passiert. Ich hatte gedacht, wir... Mit ihm leiden lassen. Dachte ich... Ja, dass wir ihn halt einfach blutend wie ein Schwein liegen lassen. Nicht, dass wir ihn... Abstechen wie ein Schwein. Das, äh... Habe ich ein bisschen falsch verstanden. Aber, okay. Okay, ansonsten... Das war Episode 3. Und ich hoffe, es geht nicht gleich los mit Episode 4. Das war jetzt ein bisschen blöde. Nö. So, das sind die Credits. Aber ich denke, die müssen wir jetzt nicht jedes Mal ansehen, oder? So. Als nächstes kommt dann... Wie heißt die nächste Episode? Oh. Äh... Weißer Wanderer. Und dann gibt's noch Episode... Oder... Fünf. Und sechs. Jo. Also wir haben... Schon mal... Die Hälfte. Das ist okay. Jo. Dann danke euch vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei Game of Thrones oder bei einem anderen Projekt. Tschüss.